Neue Leute, ich habe volles krasse neue Konzepte ausgedacht, ja? Geht voll hart rein, ja? Und zwar... Hey, 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 hey! Raus, Digge! Was willst du? War das jetzt witzig? Ja, moin Leute, was geht? Hier wird WhiteDirtyGaming willkommen zu einem neuen Video. Es geht um ein neues Projekt, womit ich kleineren YouTubern helfen kann, größer zu werden. Es geht in diesem Projekt um YouTuber, die ich selber gerne unterstützen möchte. Um YouTuber, die sich Mühe geben in ihren Videos und wirklich stundenlang an ihren Videos sitzen. Es geht um YouTuber, die es einfach verdient haben, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich nenne dieses Projekt Kanal der Woche. Kanal der Woche sollte jede Woche kommen. Aber was ist jetzt Kanal der Woche? Kanal der Woche sind Kanäle, die ich selber gut finde. Nein, nicht nur gut, sondern perfekt finde. Einfach mega finde. Oder einfach geil. Aber was ist jetzt das Besondere an Kanal der Woche? Ich, Digge Gaming, werde von dem Kanal der Woche ein Best-of schneiden. Das heißt, ich nehme Videos von ihm und schneide daraus ein Best-of. Damit ihr einen kleinen Einblick auf deren Kanal bekommt. Dieses Best-of wird nicht länger als zwei Minuten gehen, sondern soll euch nur einen kleinen Einblick auf deren Kanal bieten. Kanal der Woche kommt jede Woche. Wie viele Wochen hat ein Monat? Richtig, vier. Das bedeutet, vier Kanäle werden in einem Monat vorgestellt. Mit einem Best-of. Wenn du jetzt selber von dir behauptest, ey, meine Videos sind gut, ich schneide gut, ich bearbeite gut, meine Musik ist klasse, alles drum und dran. Dann schrei in die Kommentare, Hashtag KDW. Heißt genauso viel wie Kanal der Woche. Aber das war noch nicht alles. Und zwar, ihr könnt noch abstimmen, am Ende des Monats, wer Kanal des Monats wird. Gut Leute, das war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Aurei und ciao!